Einen wunderschönen guten Abend. Ich heiße Lilia Kunz und bin ganzheitliche Ernährungsberaterin in Osnabrück. Ich habe vor zehn Jahren ungefähr angefangen, mich für die Ernährung bzw. dafür zu interessieren, wie die Ernährung auf unserem Körper sich auswirkt. Und vor zwei Jahren habe ich meine Ausbildung zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin abgeschlossen und unterstütze seitdem Menschen bei ihrer Ernährungsumstellung und helfe denen, eben den Körper wieder fit zu bekommen durch die richtige Ernährungsweise. Heute sprechen wir über das Thema unseres Herz-Kreislauf-Systems. Das Herz-Kreislauf-System bzw. die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die nehmen zu. Und das ist auch eines der größten Ursachen für Todesfälle aktuell, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und um diese Erkrankung besser nicht zu bekommen, sollten wir da schon präventiv etwas machen und unser Herz-Kreislauf-System unterstützen. Wir sprechen über die Produkte von Greenway und wie wir diese nutzen können, um das Herz-Kreislauf-System zu unterstützen. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich gerne darüber sprechen, was das Herz-Kreislauf-System überhaupt ist und wie das überhaupt funktioniert. Unser Herz-Kreislauf-System ist ein lebenswichtiges System in unserem Körper, das aus dem Herzen, den Blutgefäßen und dem Blut besteht. Das Herz pumpt das Blut durch die Blutgefäße, um Sauerstoff und Nährstoffe zu den Zellen zu transportieren und Abfallprodukte abzutransportieren. Das heißt, über unsere Blutbahn, über die Blutgefäße, über unser Blut, bekommen wir dann auch die Nährstoffe aus dem, was wir essen. Wir kriegen den Sauerstoff aus unseren Lungen und die Abfallprodukte, die in unseren Zellen entstehen, die werden über die Blutgefäße, auch wieder über unser Blut abgegeben. Es ist verantwortlich für die Versorgung des gesamten Körpers mit lebenswichtigen Substanzen und spielt eine zentrale Rolle für unsere Gesundheit. Das Gefäßsystem. Das Gefäßsystem des menschlichen Körpers besteht aus den Blutgefäßen und den Lymphgefäßen. Die Blutgefäße, welche mit dem Blut die nötigen Nährstoffe und den Sauerstoff zu den einzelnen Körperzellen transportieren und der anderen Seite können die Zellen ihre Abfallstoffe, die Stoffwechselschlacken, das Kohlendioxid, zur Entsorgung wieder an das Blutgefäßsystem abgeben. Das Lymphgefäßsystem, welches eine Art Drainagefunktion hat, die Lymphgefäße nehmen die überschüssige Flüssigkeit aus unserem Zwischenzellraum der Gewebe, der Zellen auch und reinigen sie von Abfallstoffen und möglichen Krankheitserregern und geben diese gereinigte Lymphe dann wieder an den venösen Blutkreislauf ab. Das Gefäßsystem, wie gesagt, besteht aus den Blutgefäßen und den Lymphgefäßen. Das Blutgefäßsystem des Menschen besteht aus drei verschiedenen Arten. Das sind die Arterien, die Venen und die Kapillaren. Die Kapillaren, das sind so die ganz kleinsten, die feinsten, die eben zu jeder Zelle gelangen. Und die Lymphgefäße, die haben im Gegensatz zu den Blutgefäßen keinen Kreislauf. Also unser Blutgefäßsystem, das hat ja einen Kreislauf, das bewegt sich immer im Kreis sozusagen. Und die Lymphgefäße, die haben keinen Kreislauf. Die bestehen aus Lymphknoten und den Lymphgefäßen und haben auch keine Pumpe wie das Herz bei den Blutgefäßen. Deswegen ist es sehr wichtig, die Lymphe in Bewegung zu bringen, weil das Einzige, was eben unsere Lymphe bewegen kann oder den Lymphfluss anregen kann, das ist Bewegung. Das heißt, spazieren gehen, Fahrrad fahren oder Sport machen. Wenn jemand zum Beispiel die Möglichkeit hat und auch die Gesundheit dazu hat, kann er sich ein Trampolin zu Hause aneignen. Und zehn Minuten Trampolin springen, bringt die Lymphgefäße richtig in Schwung. Also die Lymphe wird richtig bewegt. Bei Menschen, die jetzt zum Beispiel sich weniger bewegen können, würde ich empfehlen, eine schöne Bürste zu kaufen. So eine Bürste, die eben nicht zu fest ist. Und dann jeden Morgen eine kleine Lymphmassage mit der Bürste zu machen. Da fängt man unten bei den Beinen, bei den Füßen an, auch bei den Händen. Und man bewegt sich immer weiter zum Herzen. Das würde so auch die Lymphe eben anregen. Dabei bitte nicht zu kräftig drücken. Das macht die Lymphe nicht so. Das Herz ist ein Polmuskel, der das Blut durch die Blutgefäße zu allen Organen und Geweben pumpt. Auf diese Weise werden alle Organen und Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Die Pumpkraft des Herzens führt außerdem dazu, dass das verbrauchte, also Nährstoff und sauerstoffarme Blut von den Organen und Geweben auch wieder zurück zum Herzen fließen kann. Wie gesagt, das Herz ist auch ein Muskel. Und genauso wie unsere Muskeln auch in den Beinen, in den Rücken und so weiter und so fort, muss auch das Herz trainiert werden. Und wie trainiert man das Herz? Es ist auch wiederum das Beste für das Herz, wenn man sich bewegt. Man sollte sich eine Sport aneignen, wo man das Herz etwas mehr in Schwung bringt, auch ein bisschen höher schlagen lässt. Vielleicht ein flotter Spaziergang oder auch Fahrradfahren. Das ist sehr gut für unser Herz, für unsere Herzmuskeln. Das Blut ist nicht nur eine Flüssigkeit, es ist vielmehr eine Art Organ. Die Hauptaufgabe des Blutes ist der Transport vieler unterschiedlicher Stoffe durch den Körper. Deshalb wird das Blut mit Hilfe des Herzens ständig in Bewegung gehalten und durch das Blutgefäßsystem des Körpers gepumpt. Das Blut besteht zu ca. 55% aus Plasma und 45% aus den Blutzellen. Und die Hauptaufgaben des Blutes sind der Sauerstofftransport, der Transport von den Nährstoffen, der Abtransport von Stoffwechselabbauprodukten und natürlich die Immunabwehr. Der Blutdruck. Das Herz pumpt täglich ca. 9000 Liter Blut durch unsere Arterien und Wehen. 9000 Liter Blut, das ist schon echt viel. Deswegen muss das Herz schon ordentlich arbeiten. Dabei drückt das Blut mit ungeheurer Kraft auf die Gefäße. Diese Kraft nennt man Blutdruck. Und wenn man sich das bedenkt, wie stark dieser Blutdruck ist und wenn die Gefäße dann nicht mehr elastisch sind oder auch verkalkt sind, dann haben wir ein Problem. Dann entsteht eben dieser Bluthochdruck. Wir kriegen Herzrhythmusstörungen und so weiter und so fort. Um dem permanenten Druck, der auf den Arterien und Wehen lastet, standhalten zu können, bedarf es einer entsprechenden Elastizität der Arterien- und Wehenwände. Diese Elastizität ist allerdings nur in einem wenig belasteten Organismus gegeben. Das heißt, je belasteter der Körper mit Säuren, Schlacken und Giften ist, umso unflexibler wird die gesamte Gefäßsituation. Das Ergebnis ist, wie gesagt, der Blutdruck steigt, der Herzrhythmus verändert sich und die Arterien verkalken sich. Häufige Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Arteriosklerose oder Arteriosklerose, der Schlaganfall, Herzinfarkt, Bluthochdruck, Angina Factories, Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen. Wir haben ganzheitliche Maßnahmen, die wir unternehmen können, um unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit zu unterstützen. Da sind natürlich eben auch kein Alkohol trinken oder möglichst wenig Alkohol zu trinken. Keine isolierten Kohlenhydrate in Form von Haushaltszucker oder Weißmehl oder weißen Reis. Nicht rauchen. Also rauchen gefährdet ja unser Herz-Kreislauf-System enorm. Da sollte, wenn man raucht, dann sollte man möglichst sehr stark reduzieren oder auch komplett aufhören, wenn die Möglichkeit besteht und wenn die Kraft dafür da ist. Keine Fertig-Lebensmittel essen, da diese Transfettsäuren enthalten, die für unsere Blutgefäße auch unglaublich schlecht sind. Gesunde, basenüberschüssige Ernährungsweise mit viel Gemüse, viel Obst. Reines, sauberes Wasser, dann gesunde Fette und auch Eiweiße, die eben gesund und gut sind. Auch die Magnesiumversorgung achten. Also Magnesium hat ja ein unglaublich oder wird von unserem Körper sehr stark gebraucht. Und wenn wir einen Magnesiummangel haben, dann kann sich das auch auf unser Herz-Kreislauf-System stark auswirken. Also da immer darauf achten, dass der Magnesiumpegel richtig gut bei uns liegt. Nur noch hochwertige Fette ein Übermaß an Omega-6-Fettsäuren vermeiden. Also möglichst das Omega-6-zu-Omega-3-Verhältnis so haben, dass es so bei 3 zu 1 liegt. Und das wird schwierig, weil das in Deutschland bzw. überhaupt in Europa schwer zu erreichen ist. Wir essen sehr stark Omega-6-lastig. Deswegen immer gucken und möglichst eventuell mit Omega-3-Reparaten dann da noch zusätzlich unterstützen. Vitamin C unterstützt die Reparatur der Blutgefäße. Vitamin K und Vitamin D-Mangel vermeiden, da dieses die Arteriosklerose fördert. Da immer drauf gucken und möglichst Vitamin D und Vitamin K zusammen einnehmen. Und auf ausreichend Bewegung achten. Wie kann ich mein Herz-Kreislauf-System mit Hilfe von Greenway-Produkten unterstützen? Das erste Produkt, das ist das VELAP-Cardio-Komplex. Dieser besondere Komplex enthält Vitamine und Aminosäuren, die für die Ernährung des Herzmuskels wichtig sind. Sowie den Weißdorn, der traditionell zur Entspannung und Normalisierung der Funktion des Herz-Kreislauf-Systems verwendet wird. VELAP-Cardio-Komplex enthält ein Komplex von Nährstoffen, die auf verschiedene Weise wirken. Sie unterstützen den Energieaustausch, verbessern die Ernährung des Herzmuskels und machen ihn widerständsfähiger gegen erhöhte körperliche Belastung. Sie leisten einen Beitrag zur Bekämpfung von oxidativen Stress. Dabei handelt es sich um Stress, der durch freie Radikale verursacht wird und als eine der Ursachen für viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen gilt. Freie Radikale entstehen durch verschiedene Einwirkungen, durch die Ernährung, durch die schlechte Luft, durch Pestizide, durch unsere Körperpflegeprodukte und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die diese freie Radikale bei uns im Körper hervorrufen können. Sie wirken sich positiv auf das Nervensystem aus, erhöhen die Stressresistenz, senken sanft die Blutdruckwerte. Eigenschaften der Inhaltsstoffe. Wir haben hier Taurin drin. Taurin trägt zur Verbesserung der Herzmuskelfunktion und des Energiestoffwechsels, sowie zur Senkung des Cholesterin- und des Blutzuckerspiegels bei. Weißdorn ist eines der bekanntesten Pflanzen, die eben bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt werden können. Und Weißdorn unterstützt das normale Funktionieren des Herz-Kreislauf-Systems, verwässert den Sauerstofftransport und die Durchblutung, hat eine entspannende Wirkung. Routine reduziert die Brüchigkeit und Durchlässigkeit der Kapillaren. Co-Enzympuzin verbessert die Energieproduktion der Zellen und die Funktion des Herzmuskels und erhöht dessen Stressresistenz, was auch wichtig ist, weil Stress kann auch eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen hervorrufen. Also wir müssen gucken, dass wenn Stress vorhanden ist, diesen möglichst irgendwie versuchen zu reduzieren oder auch ein Ventil zu finden, wo wir den Stress eben anders bewältigen können. Magnesium hilft, Müdigkeit zu reduzieren, trägt zur normalen Funktion des Nervensystems und zur normalen geistigen Aktivität bei und ist am Energiestockwechsel beteiligt. Außerdem wirkt es entzündungshemmend und auch krampflösend, was wichtig ist gegen die Entstehung von Arteriosklerose. Selen hat eine antioxidative Wirkung und unterstützt das Immunsystem und die B-Vitamine tragen zur Stabilisierung des Herzrhythmus bei, sind am Cholesterinstoffwechsel beteiligt, schützen die Blutgefäße vor Entzündung und sind wichtig für den Energiestoffwechsel und das Nervensystem. Wann wird die Einnahme empfohlen? Viele Faktoren des modernen Lebens führen zur Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei. Also ich habe auch schon gesagt, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die nehmen zu. Und natürlich spielen die Faktoren wie der Stress, das Rauchen, der Alkohol, Übergewicht, Hypodynamie und so weiter und so weiter eine große Rolle. Bei Menschen mit über 40 Jahren steigt auch das Risiko um ein Vielfaches, insbesondere wenn mehrere der Risikofaktoren und Bluthochdruck zusammenkommen. Einnahmeempfehlungen für dieses Präparat, das sind zwei Kapseln pro Tag. Der Einnahmekurs beträgt einen Monat. Bei Bedarf kann der Einnahmekurs auch wiederholt werden. Natürlich gibt es Kontraindikationen, da müssten Sie sich einmal schlau machen und sich die Verpackung anschauen, was da draufsteht. Es können Allergien entstehen. Da müsste man eben gucken. Was auch noch wichtig ist, was ich noch dazu sagen wollte, wenn Sie unter Bluthochdruck leiden oder irgendwelchen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo Sie auch Medikamente einnehmen müssen. Auf keinen Fall die Medikamente einfach so absetzen ohne Rücksprache mit dem Arzt. Also die Präparate, über die wir hier sprechen, die unterstützen das Herz-Kreislauf-System wirklich gut. Und wenn man auch die Ernährung mit dazu umstellt, kann es passieren, dass der Bluthochdruck mit der Zeit runtergeht oder sich eventuell sogar komplett stabilisiert. Aber Sie müssen natürlich weiterhin den Bluthochdruck messen und schauen und gegebenenfalls mit Ihrem Arzt sprechen und schauen, ob Sie dann das Medikament, das Sie einnehmen müssen, runtersetzen oder auch eventuell komplett absetzen können. Aber bitte erst nach Rücksprache mit dem Arzt, weil anders darf man das nicht. Also es sind wirklich gute Präparate, aber man darf nicht ohne einen Arzt da selber entscheiden. Das nächste ist ein Tee, den ich empfehlen möchte. Das ist der Tee Vital Express Cardex 6. Das ist ein Teegetränk für das Herz-Kreislauf-System. Die Zusammensetzung des Tees, der Funktionstee ist ein wertvoller Helfer zur Erhaltung des Herz-Kreislauf-Systems. Die pflanzlichen Inhaltsstoffe des Teegetrinks helfen, mit den Belastungen und dem Rhythmus des modernen Lebens fertig zu werden. Dazu trägt die Kräuter- und Früchte-Sammlungen des Cardex-Teegetrinks bei. Die Zusammensetzung besteht aus dem Hibiskus, Fingerkraut, Johanniskraut. Johanniskraut ist natürlich etwas ganz Tolles, wenn man ein bisschen gestresst ist oder die Nerven blank liegen. Da wirkt Johanniskraut unglaublich gut. Herzspannkraut, sibirische Eberesche, Ringelblume, die Erdbeere, Süßholz, Hagebutte, Weißdorn wiederum und die schwarze Apfelbeere. Die Wirkung der Kräuter, die Zusammensetzung dieser Kräuter kann eine positive Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System haben. Der Hibiskus und der Weißdorn werden traditionell zur Unterstützung der Herzgesundheit eingesetzt, da sie die Durchblutung fördern und den Blutdruck regulieren können. Das Johanniskraut, wie ich schon gesagt habe, ist beruhigt, hat entzündungshemmende Eigenschaften und kann helfen, Stress abzubauen, was sich positiv auf das Herz auswirken kann. Herzspannkraut und Fingerkraut sind bekannt für ihre beruhigende Wirkung auf das Nervensystem, was dazu beitragen kann, den Blutdruck zu senken und das Risiko für Herzkrankheiten zu verringern. Die sibirische Eberesche, die Ringelblume, die Erdbeere, das Süßholz, die Hagebutte und die schwarze Apfelbeere enthalten viele wichtige Vitamine und Antioxidantien, die die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems unterstützen kann. Insgesamt kann diese Kombination der Kräuter dazu beitragen, das Herz-Kreislauf-System zu stärken, den Blutdruck zu regulieren und das Risiko von Herzkrankheiten zu reduzieren. Meine Empfehlung ist, ein bis zwei Teebeutel pro Tag mit heißem Wasser aufgießen und sieben bis neun Minuten ziehen lassen und diese auch wirklich genießen. Nehmen Sie sich wirklich bewusst Zeit für den Genuss des Tees. Am besten das Handy weglegen, den Fernseher ausmachen, sich irgendwo auf der Terrasse hinsetzen. Jetzt ist es ja auch möglich, jetzt ist es warm und dann den Tee auch wirklich genießen und wirken lassen. Das nächste Präparat ist das Wellab-Angiolux-Forte. Es ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit Diosmin für den Gefäßschutz. Wenn wir schon unser Herz-Kreislauf-System behandeln oder unterstützen, dann müssen wir auch was für unsere Gefäße tun und dieses Präparat ist eben dazu da. Wie wirkt das Wellab-Angiolux-Forte? Das Nahrungsergänzungsmittel Wellab-Angiolux-Forte ist ein komplexes Präparat auf der Basis von starken Bioflavonoid-Verbindungen, die eine venenschützende, gefäßerweiternde und lymphdrainierende Wirkung haben. Also wie gesagt, die unterstützen auch die Lymphe. Es enthält das Bioflavonoid Diosmin und andere Substanzen, die die Gefäße umfassend unterstützen. Sie tragen zur Verbesserung ihres Phonus bei, ihrer Elastizität und verbessern die Mikrozirkulation. Besonderheiten der Inhaltsstoffe. Wellab-Angiolux-Forte enthält Diosmin und Hesteridin aus dem bitterorangen Extrakt, Extrakte aus der Grote-Cola, Ginkgo-Biloba und dem Baikal-Hellenkraut sowie Routin und die Vitamine C und E. Dank der enthaltenen Bestandteile trägt es zur Ernährungsunterstützung der Venen- und Blutgefäße bei. Warum ist das so wichtig? In erster Linie ist das Nahrungsergänzungsmittel für Menschen geeignet, die an Krampfadern leiden. Dabei handelt es sich um eine chronische Krankheit der oberflächlichen Venen, die durch ein Versagen des Klappenapparats entstehen und sich durch eine Erweiterung der Venen und einen gestörten Blutabfluss äußert. Die Varikose ist immer anfälliger für ein Fortschreiten, die Entwicklung einer hofischen Geschwüre und die Bildung von Blutgerinnseln. Das heißt, wenn wir Krampfadern haben, dann neigen wir auch zu Blutgerinnseln und Thrombosen. Statistiken zufolge liegt die Inzidenz dieser Krankheit in den Industrieländern bei 25 Prozent. Sehr oft ist es ja auch so, dass man Krampfadern oder eine Veranlagung dazu hat, eine Vererbung von den Eltern. Und wenn da eine vorhanden ist, dann sollte man schon möglichst was dagegen tun und versuchen, das so weit hinaus zu zögern, wie es geht. Zu den Risikofaktoren für Krampfadern gehören, wie schon gesagt, die Vererbung. Das übermäßige Körpergewicht, also wenn Körpergewicht vorhanden ist, dann sollte das möglichst runtergehen. Man sollte abnehmen, um da eben auch bei den Krampfadern entgegenzuwirken. Geringe körperliche Aktivität, das heißt, stehende oder sitzende Arbeit. Also viele denken ja, ich stehe ja den ganzen Tag, eigentlich tue ich was Gutes. Aber eine stehende Tätigkeit ist genauso schlecht wie eine sitzende Tätigkeit. Nur die Bewegung ist wirklich gut. Das heißt, Laufen, Fahrradfahren und so weiter und so fort. Die Schwangerschaft ist natürlich auch ein großer Faktor, der zu Krampfadern führen kann. Schweres Heben, Arbeiten als Lader oder auch das Gewichteheben im Fitnessstudio kann dazu beitragen, dass sich Krampfadern im Körper bilden. Die Einnahme von natürlichen Vinotonika kann neben einer speziellen Ernährung, dem Tragen von Kompressionswäsche und angemessener Bewegung, spezielle körperliche Übungen, eine der Möglichkeiten sein, um Krampfadern vorzubeugen. Eigenschaften der Inhaltsstoffe. Diosmin ist ein natürlicher Bestandteil des Bitterorange-Extrakt und ist ein starkes Antioxidant mit komplexer pharmakologischer Aktivität. Es wirkt unterstützend bei der Erhöhung des Venentones, hilft die venöse Stauung zu reduzieren und das Volumen der venösen Stauung verbessert die Lymphdrainage, hat die Eigenschaft, den Widerstand der Kapillaren zu erhöhen und somit deren Durchlässigkeit zu verringern. Das heißt, es kräftigt die Kapillaren, verbessert die Mikrozirkulation. Außerdem hat es eine anti-arterosklerotische, entzündungshemmende und krampflösende Wirkung. Hesperidin und Routin sind Bestandteil der natürlichen Ursprungs. Hesperidin ist auch ein Extrakt aus der Bitterorange und Routin ist ein Extrakt aus dem Sophora japonica, japanischer Schurbaum, und gehören zu einem Komplex an Bioflavonoid-Verbindungen. Sie verringern die Durchlässigkeit und die Brüchigkeit der Kapillaren. Sie haben entzündungshemmende Eigenschaften, reduzieren Schmerzen, Schwellungen, Erscheinungen von allergischen Reaktionen, verbessern die Bluteigenschaften, normalisieren und senken den Polysterinspiegel und den Triglyceridspiegel, schützen das Vitamin C vor Oxidation und verstärken seine Wirkung. Die weiteren Inhaltsstoffe ist Gotu-Pfal, das wird traditionell in der chinesischen und indischen Medizin verwendet und enthält Stoffe, die sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System auswirken. Ginkgo Biloba unterstützt die normale periphere Blut-Mikrozirkulation und unterstützt auch das Gedächtnis, die Konzentration und das geistige Wohlbefinden. Baikal-Helmkraut hat eine antioxidative Wirkung und hilft, den Blutdruck zu senken. Außerdem verbessert es den Zustand der Kapillaren und hat eine kardiotonische Wirkung. Vitamine C und E haben eine antioxidative Wirkung. Sie schützen die Blutgefäße vor Schäden durch freie Radikale und verbessern den Regenerationsprozess. Das heißt, wenn Schäden an den Blutgefäßen entstanden sind, dann unterstützen die Vitamine C und E eben diese Reparaturmaßnahmen, die von unserem Körper ergriffen werden, um die Blutgefäße wieder zu reparieren. Für wen wird die Einnahme empfohlen? In der Komplextherapie von Krampfadern, Hämorrhoiden, Diabetes Militus. Bei erdlicher Veranlagung zu Krampfadern würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Bei schwere Gefühle und Unbehagen in den Beinen, Krämpfen, Schwellungen. Sehr oft ist es ja, wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, dass man so schwere Beine hat. Da ist es wirklich auch zu empfehlen. Bei der komplexen Therapie von Funktionsstörungen der Herztätigkeit. Das heißt, wenn Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorhanden sind, dann ist das auch ein Mittel, was ich empfehlen würde. Einnahmeempfehlung, zwei Kapseln pro Tag. Auch dieses Nahrungsergänzungsmittel kann natürlich Kontraindikationen haben. Da sollte man möglichst gucken, ob eventuell irgendwelche Allergien vorhanden sind, auch die Bestandteile. Auch in der Schwangerschaft sollte man gucken. Wobei ich da tatsächlich, weil das eben ein Präparat ist, was die Venen schützt und auch vor Krampfadern unterstützend wirkt. Da würde ich das tatsächlich mit dem Frauenarzt einmal besprechen und ihm vielleicht auch zeigen, was da drin ist. Und was der Arzt empfehlen würde, ob man das einnimmt. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass da irgendwas gegen sprechen würde. Aber natürlich erst mit Rücksprache mit dem Arzt und Personen unter 18 Jahren. Das nächste Präparat ist das Wellab-Antisor-Aktiv. Das ist ein Breitband-Antioxidanz-Komplexen, welches unterstützen wirkt bei der zellularen Abwehr, Anti-Age, Stärkung des Immunsystems. Und natürlich sind Antioxidantien sehr gut für unser Herz-Kreislauf-System. Was sind Antioxidantien? Antioxidantien sind Stoffe, die Zellen vor Schäden durch freie Radikale schützen und so die Zeichen der Hautalterung und der Entstehung von Krankheitenfaden langsam. Besonderheiten der Inhaltsstoffe, da ist L-Blytamin drin. Dieses schützt die Zellen vor oxidativen Schäden, erhöht die Aktivität des Immunsystems, verbessert die Regenerationsprozesse. Das heißt, es unterstützt bei den Aufbauprozessen, bei den Reparaturprozessen, die in unserem Körper entstehen. Hagebutten unterstützen die Funktion des Immunsystems und stärken die Blutgefäße. Hagebutte enthält ja auch von sich aus unglaublich viel Vitamin C. Augenkerne wirken sich positiv auf den Hautzustand aus und unterstützen das Herz-Kreislauf-System. Das Zink wirkt sich positiv auf das Immunsystem aus, fördert die normale geistige Aktivität und reduziert Müdigkeit und Ermüdung. Das Kupfer schützt die Zellen vor oxidativen Stress, ist für den normalen Eisentransport im Körper unerlässlich und trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Energiestockwechsels und der Funktion des Immunsystems bei. Das Beta-Carotin ist ein starkes Antioxidant, welches für die Aufrechterhaltung des normalen Zustands der Haut, der Schleimhäute und des Sehvermögens beiträgt und zur normalen Funktion des Immunsystems wichtig ist. Die Vitamine A unterstützen die Gesundheit und Schönheit der Haut, tragen zur Aufrechterhaltung einer gesunden Sehkraft und der Funktion des Immunsystems bei. Und das Vitamin A wirkt antioxidativ, wirkt sich positiv auf den Zustand der Blutgefäße aus und unterstützt wiederum die Regenerationsprozesse. Also die Antioxidantien sind wirklich unglaublich toll für unseren Körper, auch für unsere Haut, auch für unsere Schönheit, beziehungsweise dafür, dass wir möglichst länger jung und gesund bleiben. Da sind die Antioxidantien wirklich ein super Mittel. Die Einnahme, Erwachsene nehmen eine Kapsel zweimal täglich zu den Mahlzeiten. Die Behandlungsdauer dauert einen Monat und sollte aber nicht mehr als zwei bis dreimal pro Jahr wiederholt werden, der Kurs. Warum das so ist? Das ist einfach so, die Antioxidantien sind schon wirklich ein starkes, sind sehr stark und wirken auch stark. Und da sollte man möglichst auch nicht übertreiben, also die Menge macht das Gift, sagt man auch. Also immer gucken, dass man nicht zu viel davon einnimmt, aber dann eben, beziehungsweise man, wie soll ich das richtig, also einnehmen schon, aber eben nicht übertreiben damit. Das Vella-C-Komplex Plus ist natürlich ein Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C. Warum Vitamin C? Ein längerer Vitamin C-Mangel kann zu einer Reihe von Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, darunter auch koronare Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Schlaganfall und die Arteriosklerose. Vitamin C stärkt das Immunsystem, hilft dem Körper schneller mit verschiedenen Krankheitserregern fertig zu werden. Dank der Einnahme von Vitamin C während der Erholungsphase kann der Körper sich schneller nach einer Krankheit erholen. Das heißt, wenn Sie erst erkrankt waren, eine Grippe hatten oder auch eine Erkältung, dann kann die Einnahme von Vitamin C den Regenerationsprozess verkürzen. Das heißt, man wird schneller gesund. Vitamin C beteiligt sich auch an den Prozessen der Geweberegeneration, der Blutgeringen, wird als Kofaktor der Kollagensynthese, verbessert die Eisenaufnahme, was auch wichtig ist. Bei Menschen, die zum Beispiel einen Eisenmangel haben, also wenn ich jetzt Klienten, Kunden habe, die einen Eisenmangel haben, dann ist es wichtig oder ich empfehle meinen Kunden auch immer, auf ausreichend Vitamin C zu achten. Das heißt, wenn die ein Gericht essen, wo man weiß, dass da eben viel Eisen enthalten ist in dieser Nahrung, dann empfehle ich immer, das Vitamin C dazu zu nehmen, damit dieser Eisen aus der Nahrung besser aufgenommen werden kann. Sehr oft reicht das sogar dafür, um das Eisen wieder in unserem Körper aufzubauen und die Eisenspeicher wieder zu füllen. Es erhöht die Elastizität der Blutgefäße, erhält die Gesundheit der Haut und des Zahnfleisches. Wo ist der Unterschied von Vitamin C? Die meisten Apothekenkomplexe enthalten Vitamin C nur in Form von Ascrobinsäure. In dieser Form erhält unser Körper eine kursfristige Wirkung. Selbst wenn eine große Dose auf einmal eingenommen wird, es verweilt praktisch nicht und reichert sich nicht an. Das heißt, wenn wir das Vitamin C einnehmen, auch wenn es wirklich eine große Dose ist, der Körper nimmt nur so viel, wie er gerade so braucht. Und der Rest, der wird wieder ausgespült. In dem Nahrungsmittel, Ergänzungsmittel von Wellab C-Komplex Plus wird das Vitamin C in drei Formen angeboten. Das ist die Ascobinsäure, das Ascobat und Ascobilpalmitat. Wo ist der Unterschied von Vitamin C? Diese drei Formen, sie puffern die überschüssige Säuregehalt der Ascobinsäure, machen ihre Aufnahme durch den Körper effizienter und tragen zu einer längeren Verweildauer im Gewebe bei. Das heißt, es speichert sich länger an im Körper als das gewohnte Vitamin C, das wir so aus der Apotheke kennen. Die Zusammensetzung enthält auch Vitamin C in natürlicher Form aus der Acerola und der Hagebutte. Und diese pflanzlichen Bestandteile tragen dazu bei, die Absorption von Vitamin C um mehr als 30 Prozent zu verbessern. Das heißt, das Vitamin C wird dadurch auch besser aufgenommen. Weitere Inhaltsstoffe des Präparats sind Routin und das Bioflavonoid Hesperidin aus der Bitterorange. Routin hilft bei der Stärkung der Blutgefäße, Kapillaren, verbessert die Geweberegeneration, unterstützt die Mikrozirkulation des Blutes, die Gesundheit des Zahnfleisches, reduziert Blutungen. Die Bitterorange ist eine natürliche Quelle von Hesperidin, welches hilft, die Blutgefäße zu stärken, Schwellungen und allergische Reaktionen zu reduzieren. Die Einnahme. Die Empfehlung ist, eine Kapsel zweimal täglich zu den Mahlzeiten zu nehmen. Das enthält 620 Mikrogramm Vitamin C pro Tagesdosis. Die Einnahmedauer sollte drei bis vier Wochen betragen und bei Bedarf kann die Einnahme des Nahrungsergänzungsmittels nach einem Monat auch wiederholt werden. Wie gesagt, das Vitamin C hat eine antioxidative Wirkung, ist an den Prozessen der Gewebegeneration und Kollagensynthese beteiligt und unterstützt natürlich die normale Funktion des Immunsystems.